Das alte Gefängnis liegt abgelegen außerhalb von das Almas. War hochs Sicherheit, wurde aber geschlossen, als die Narcos übernahm. Es gibt keine Landebahn, aber rechnet mit Hubschraubern. Wir fahren zu einem Absatzpunkt und dann zu Fuß zum Einstieg. Hier. Sollten die Türme bemannt sein, müssen wir sie zuerst ausschalten. Und dann die Mauer mit Seilen hoch. Was ist mit Kameras? Im Sicherheitsraum gibt es Überwachung. Damit spüren wir Alejandro und den Rest deiner Männer auf. Teilen wir uns auf. Während Rudy L. sucht, helfe ich über die Kameras, Ghosts Sprengladung zu platzieren. Ablenkung und Sabotage. Sehr schön, Johnny. Hab von den Besten gelernt. Sobald wir Alejandro und Los Barqueros gefunden haben, sammeln wir uns und befreien sie. Wir nehmen Waffen für meine Männer mit und kämpfen uns auf dem Weg wieder raus, wie wir rein sind. Noch Fragen? Wo erfahrten wir? Grace lässt den Ort abriegeln. Rechnet mit Patrouillen im Außenbereich. Ohne Zweifel. Sind wir bereit? Waffen, Munition und Sprengsätze eingepackt. Ich hab den Wurfhaken. Steigseile? Check. Check. Hoffentlich lebt Alejandro noch. Tut er. Mir nach. Und damit wir kommen zurück zu... ...ein Kraft für die Modern Warfare 2. Rudy, wie lange kennst du Alejandro schon? 20 Jahre. Haben uns zusammen gemeldet. Der härteste Kerl im Regiment. Ich würde mich nicht mit ihm anlegen wollen. Wir haben immer gesagt... ...en unico, que puede Marta, a Alejandro, es Alejandro. Was heißt das? Das einzige, was Alejandro umbringt, ist Alejandro. Gut, dass er auf unserer Seite ist. Ich sehe das Gefängnis. Ah, cooler Satz. Wir müssen Sie ausschalten, um reinzukommen. Okay, wir sind hier, um Alejandro zu befreien. Warte. Der da oben, okay. 3, 2, 1. Shadow erledigt. Gut geschossen, Hermanos. Danke. Rudy, hilf mir mal. Noch nicht. Gut, wir stellen uns hier hinten hin. Ein Heli ist im Anflug. Sieht aus wie eine Vorratslieferung. Ist der Tist. Ah, da ist er. Sehe sechs Shadows. Bestätige. Drei beim Fahrzeug. Zwei dahinter. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Erledige die beiden am Fahrzeug zuerst, damit die anderen nichts sehen. Guter Plan. Soap, auf meinen Zeugen. Erledige den mit der Kappe. Bereit. Verstanden. 3, 2, 1. Hab ich. Bestätigt. Zwei weniger. Bin unterwegs. Gut so, Ghost. Weiter, weiter. Der macht das hier so stelten. Sicher. Okay, warte mal. Ich mach das nochmal. Ja, jetzt hab ich zwei gleich ausgeschaltet. Alles sicher. Zum Fuß des Turms. Jawohl. Das ist unser Zugangspunkt. Leise bleiben. Ja. Gut, ich komme. Na, endlich hat's geklappt. So. Bin da. Ist sicher. Jetzt noch hoch. Gut, Rudolfo. Wer geht vor? Ah, Ghost. Gut. Bis gleich. Ja. Bis gleich. Bis gleich. Haben die keine Kameras, die sie gesehen haben? Such nach einer Luke mit einer Leiter. Gefunden. Ah, guck mal. Hier ist doch die Leiter. Zu mir so. Runter und rein. Ja, ich komme runter. Über dir. Okay, immer weiter runter. Alle drinnen. Los geht's. Warte. Das Überwachungsgewäude für die Kameras ist geradeaus. Unten bleiben und Beeilung. Zwei drinnen. Schalten wir sie aus, bevor sie ihre Amigos rufen. Okay. Gehen wir rein. Auf das Zeichen, So. Drei, zwei, eins. Und los. Was? Der eine lebt noch. Ich hab ihn aber erst doch. Gut. Sicher. Wir suchen die Kameras nach meinen Mellern. Und finden Alejandro. Wir brauchen Ablenkungen. Ich platziere Sprengladungen außerhalb. Soap, du führst mich durch. Aye. Geh an die Kameras. Okay. Bin dran. Ich auch. Bin weg. Passt auf mich auf. Verstanden. Viel Glück. Okay. Ach, wir machen das, was wir in Mordowar vereint schon mal gemacht haben. Und zwar den Charakter Schüren. Bescheid nicht, dass Tor passieren kann. Sicher. Los. Diesmal ist unser Charakter aber bewaffnet. Okay. Da ist nur eine Person. Na los. Wir stich ihn. Stich ihn ab. Gut gemacht. Gut aus, Lieutenant. Okay. Drei Leute. Da oben ist auch noch einer. Den könnten wir vielleicht abschließen. Drei, zwei, eins. Zu weit weg. Bring mich näher ran. Warte. Los gehen. Okay, Ghost. Du kannst feiern. Auf der linken Seite. Ein bisschen Hilfe ist doch nicht schlecht, oder? Bleib konzentriert, Johnny. Ich sag's ihr noch. Bleib besonnen, Sergeant. Ähm, geh auf die Leite. Los, hoch da. Gut, dann haben wir da noch einen. Den müssen wir messern. Los. Messer gehen. Runter. Und Messer. Müllcontainer zur rechten. Zeit, den Müll rauszulegen. Die Klappe ist so verdammte Scheiße. Hahaha. Gut. Deine Patrouille innerhalb des Stacheldrahts. Den messern wir auch noch. Zeig ihm, was du mit dem Messer kannst. Und Stich. Schlaf gut, Mistkerl. Nein, nein, der Ecke. Die Waffe ist unten. Warte. Geh mal hier lang, Ghost. Und dann Stich. Zeit für die Blutabnahme. Erwischt. Erwischt. Jawoll. Okay. Kamera ändern. Unter die hierher. Hier müssen wir, glaube ich, das erste Sprengstoffe. Genau. Das wollte ich sagen. Platzier. Verstanden. So, es platziert. Und weiter. Warte. Also wir haben jetzt hier zwei. Einer am Truck. Zwei um die Ecke. Okay, drei. Du brauchst eine Ablenkung. Dann müssen wir da zum... Warte, da oben ist auch noch eine Wache auf dem Steg. Bereithalten. Ich sage wann. Okay. Können wir da einfach durch? Nach links. Jetzt, jetzt, jetzt. Und jetzt zum Generator. Okay. Dein Spezialgebiet. Lichter aus. Alles sicher. Hier, außer... Los, 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 los. Zieh dich zurück. What the fuck? Ah, scheiß, ich war... Zu spät. Verstanden. Okay, nochmal. Unbeplatziert. Und weiter. Rande an den Generator. Okay, diesmal müssen wir zügiger gehen. So, und los geht's. Los, los. Die Elektrik zu. Es sei denn, er trifft mich auf dem Weg dorthin. Gut so, gut so. Weiter, weiter. Geh schön daran. Und dann, wie bei Hitman, mach den Generator an. Und dann stich. Einer zu deiner Rechten. Verwende deine Klinge. Er ist am Boden. Jawohl. Gut, da haben wir auch noch einen. Sieht sicher aus, okay? Einer rechts. Mit dem Messerlaternant. Einmal... Gute Nacht. Okay, kann man einen an... Oh, drei Leute. Alles sicher. Naja, sicher sieht das nicht aus. Wenn da drei Leute sind... Okay, der eine geht jetzt dort. Oh ja, das ist die perfekte Möglichkeit, oder? Boah, der eine kann ihn hier sehen. Könnten die ihn ja hier abschießen. Links. Verpass ihm eine... Ein Shadow könnte den toten Kerl finden, den du zurückgelassen hast. Dann tüte ihn schnell. Er gesellt sich dazu. Ja, genau so. Und dann stich ihn auch noch ab. Ben auf der linken Seite. Benutz dein Messer. Und stich. Schlaf gut, Arschloch. Jawohl. Gut, Fahrzeugfertigkörter. Gut, da ist noch einer beim Wagen. Das ist ein Pickup, den du sabotieren kannst. Gut gemacht, Sergeant. Schau dir nach oben. Los, Ghost. Jawohl. Okay. Zeit, eine Bombe zu platzen. Okay. Kannst du den jetzt messern? Komm schon, Ghost. Schneller, schneller. Shadow am Boden. Super. Gut, da haben wir jetzt zwei... Aufgepasst. Zwei Shadows. Da haben wir noch einen. Ich muss mal gucken. Okay, hier ist wieder so ein Generator. Johnny, gib mir grünes Licht. Ja, warte, warte, warte. Shadow, reicht. Stich zu und weiter, Ghost. Wo ist bei dich? Huh, das war noch mal knapp. Okay. Dann geht zum Generator. Und schreit die raus. Brauchst du eine Ableckung? Roger. Zwei kommen auf dich zu. Gut. Hier kannst du schon mal die Bombe platzieren. Du kannst die Ladung platzieren. Bestätigen. Zwei kommen. Wieso kommen wir denn jetzt zwei? Was soll ich denn machen? Der eine sieht die Leiche. Oh, fuck. Warte, warte. Komm näher, komm näher, komm näher. So, gib mir etwas Scharfes. Schnell. Weißt du was? Oh, meine Güte. Ja. Wie soll ich die denn da auch verstecken? Birm. Bestätige. Oder wir gehen dorthin? Gut, und jetzt kommen wir... Zoll gib mir etwas Scharfes. Typisch, Ghost. Nimm dein Messer. Messer, ihn. Ja, so hätte ich es machen sollen. Guter Abschuss. Gut, jetzt rauf zu Leiter. Und töte den Typen dort. Weil, wenn wir den da unten töten, dann sieht der da hin. Deswegen zuerst den. Achtung. Nein, Shadow. Zustechen und weiter. Gute Nacht, Arschloch. Super gemacht. Schieß auf ihn. Schieß mal in ihn. Nein, ich hab da was anderes im Sinn. Ach so. Ja, so geht's auch. Verdammt schön, Sir. Ich dachte so, vielleicht springt er daneben oder so. Ein weiterer MTW mit deinem Namen drauf. Warte, warte. Lass mich kurz die Kamera erinnern. Okay, eine Person, oder? Ja, sieht eigentlich sicher aus. Shadow. Links. Abschießen. Schieß auf ihn. Warte, da kommen noch zwei. Fuck, die sehen ja mal die Leiche. Ja, gut, kommt halt näher. Zwei. Kommt von der Straße rein. Lass sie durch. Komm, lasst mal sie gehen. Ja, schön weitergehen. Ist die Luft rein, Sergeant? Nein. Wer weiß, dass du da bist? Was? Hä? Ja, wahrscheinlich hat er irgendwie Sensorblick, oder was? Was ist das für eine Scheiße? Okay. Den können wir noch nicht töten. Das heißt, die kam aber erst rein, wo ich auch hier rein kam. Ganz merkwürdig. Gut, dann warten wir erst mal. Es ist ärgerlich. Na, lauf bitte ein bisschen schneller. Gut, der eine geht da ran. Da müssen wir wahrscheinlich warten. Muss man die Kamera rein. Ich steig oft rein, Sergeant. Hinter dem Wagen kann ich auch nicht. Weil die sind... Dann warte ein MTV mit deinem Namen drauf. Ich muss warten, bis die sich irgendwie bewegen. Wenn die sich überhaupt bewegen. Nee, die bewegen sich nicht. Nein, nein, lauf. Nach links. Äh! Ah, okay, der kommt jetzt. Gut, näher, näher, näher. Schön hinter dem Wagen. Und drei, zwei, eins. Verwende deine Klinge. Noch ein toter Shadow. So, einer ist hier am Weg. Abfeuern. Schieß auf ihn. Am Boden. Oder ran an den MTV. Und Ladung platzieren. Dann los, du Talent. Gute Arbeit. Wir sind hier fertig, Johnny. Haben wir Alejandro gefunden? Perfektes Timing. Ich hab ihn. Wo? Moment. Verdammter Scheiße. Das ist er. Er ist ein Einzelhaft. Zwei an der Tür. Ich seh sie. Ghost. Wir haben ihn. Er ist allein. Zwei Shadows auf Wache. Nicht mehr lange. Treffen vor dem Zellenblock. Wir holen ihn raus. Verstanden. Sind unterwegs. Gute Arbeit. Igual, amigo. Alejandro hat uns auch geholt. Ich so kenneke. Vamos por unos vaqueros, Cabral. Hermano, retten wir ihn. Ghost, wie ist dein Status? Komme zu euch. Verstanden. Wir sind unterwegs. Auf den Hubschrauber achten. Sieht aus, als wären wir außer Sicht weiter. Gut so. Hi, Ghost. Shadows versperren den Weg. Schicken wir sie zur Hölle und gehen rein. Ja, drei, zwei, eins. Super. Gesichert. Gesichert. Okay. Versperrt. Leider versperrt. Rechen wir sie auf. Nein, Rudy. Klopfen. Gute Strategie. Mir nach. Na los, macht auf. Ey. Was auf dieser Schäden. Wo hab ich den auf Kameraden gefeuert? Oh nein. Nicht das für Mieter. Versperrt. So, aber komm, mach die Tür auf jetzt. Nein, Rudy. Klopfen. Was hat denn der eigentlich für den Visier? Mir nach. Komm schon. So, war besser. Ah, sie sind überall hier. Nein, nicht Granate. Oh, ich bin noch, okay. Komm schon, Leute. Weiter, weiter, weiter. Das ist gut. Kommt mit, Leute. Wir holen Alejandro. Was? Ich, der war doch schon tot, Mann. Oh, Junge. Gut, jetzt. Ah, hier. Okay, verstanden. Drei, zwei, eins. Dafür sind wir gekommen. Yes. Alejandro. Ich, Hermano. Korone, bleib ruhig. Wir sind es. Soap. Rudy, Ghost. Hast du gedacht, wir lassen dich hier? Warum habt ihr so lange gebraucht, Bendejos? Ihr Himmel des von Shadows, das wird die Hölle. Bekämpft mich Feuer mit Feuer. Es sind mehr Vaqueros in den Zellen oben. Holen wir sie raus. Orale dir nach, Rodolfo. Zeit, Prison Breakup zu spielen. Habt ihr sie gesehen? Nein. Ich habe vor, ihm einen Besuch abzustatten. Ach, mich auch. Sie haben Wachen auf allen Etassen. Bereithalten. Oh, fuck. Er wirft sie mit, egal was. Ich aus der Puta. Erledigt alles, was sich bewegt. Die hatten gerade Schilde, aber keine Sorge. Ich habe sie angebrannt. Ich kann die Schilde mitnehmen. Oh, ich kann die Schilde mitnehmen. Wir holen uns raus. Brechen wir die Türen auf? Die sind elektrisch verriegelt. Schaltern sie dem Kommandoposten am Flurende. Okay, ich gehe los. Hier? Ah, okay. Erledigt, Munition auflönen und öffnen. Erledigt, meine Freunde, bis zu der Mörder. Schatz, die Parra hat Waffen. Nimm eine und warte hier. Kommandante, ihr seid mit mir? Mit ihr habt ihr? Ha, 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 ha.